Ja, hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Infovideo auf meinem Kanal MarcelLP Simulatoren Let's Plays. Ich bin es mal wieder, seit langem mal wieder. Ich wollte euch nur eine kurze Info geben und zwar nächste Woche am Wochenende, diese oder diese Woche am Wochenende gibt es wieder ein Let's Play von mir. Vielleicht etwas kürzer als sonst oder auch vielleicht ohne Ton, also ohne, dass ich spreche. Aber natürlich wird dann das Szenario, das neue dann eben präsentiert und für den Train Simulator. Und natürlich will ich euch noch ein kurzes Info geben. Und zwar kommt am 4.11.2021 Tramsim München raus. Das Add-on für Tramsim, also es gibt dann natürlich, das sind zwei Einzelspiele, also das ist kein Add-on, sondern eher ein Einzelspiel, das heißt nämlich Tramsim München. Es gibt jetzt Tramsim Wien, deswegen heißt jetzt Tramsim nicht mehr Tramsim, sondern Tramsim Wiener und Wiener und dann kommt noch Tramsim München raus, also Tramsim Münch. Und das zeige ich euch natürlich, wenn es am 4.11. dann rauskommt, höchstpersönlich auf meinem Kanal. Entweder, wenn es am Donnerstag dann den 4.11. rauskommt oder eben dann, oder den Dienstag, den 4.11. dann rauskommt, dann entweder direkt an dem Releasetag oder dann das Wochenende darauf auf meinem Kanal dann zu sehen. Und ja, da kann man eben dann mit der Straßenbahn durch München fahren. Es wird sehr, sehr schön, hat View-App wirklich wieder toll hinbekommen, die Bilder sehen auch wunderbar aus und es ist, ja, ich freue mich schon riesig darauf. Dann, also Tramsim Wien kennt ihr ja schon, da habe ich ja schon zwei Let's Plays auf meinem Kanal gemacht. Also wenn ihr natürlich weitere wollt, dann schreibt es mir bitte in die Kommentare über Tramsim Wien. Ansonsten warten wir alle gespannt auf das Tramsim Add-on oder das Tramsim Spiel München, was dann am 4.11.2021 released wird auf Steam. Kostet, glaube ich, genauso viel wie Tramsim Wien, obwohl wenn ihr Tramsim München schon für, das Add-on schon für Lotus gekauft habt, für den Lotus Simulator, dann kriegt ihr nochmal 30 oder 25 Prozent Rabatt auf das Add-on für Tramsim oder eben das Einzelspiel Tramsim München. Und wenn ihr natürlich das Tramsim Wien Spiel schon habt, kriegt ihr, glaube ich, auch einen Rabatt. Das wird aber automatisch dann über Steam geregelt, sobald ihr das Tramsim München Add-on dann in den Warenkorb packt. Ähm, ja, oder zur Kasse dann eben sagt, ne, über Paypal dann bezahlen oder über die anderen Zahlungsmöglichkeiten, die es bei Steam natürlich gibt, dann kriegt ihr natürlich einen Rabatt. Aber das macht Steam automatisch, das hat da Aerosoft und Vue App eigentlich gut geregelt. Äh, ja, deswegen, das wird schon, dann werdet ihr auf alle Fälle einen Rabatt bekommen, wenn eins von den beiden Spielen vorhanden ist. Entweder, wenn ihr das Add-on München schon für Lotus besitzt, dann kriegt ihr Rabatt. Und wenn ihr dann natürlich das Wien-Add-on besitzt, kriegt ihr auch Rabatt. Also ist egal, was man besitzt. Ähm, ja, dann gibt's ja noch weiteres, weil ich hab ja am Anfang des Videos gesagt, ein neues Szenario wird dann gezeigt am nächsten Woche, am Wochenende. Und zwar die Rückfahrt von, äh, von, äh, von Teltostadt nach Henningsdorf wird dann gezeigt, weil dann kommt nämlich das Szenario raus, ähm, S25 nach Henningsdorf, also komplett, die komplette S25 nach Henningsdorf. Das zeige ich euch natürlich dann auch auf meinem Kanal. Und, ähm, ja, ich bin ja jetzt erstmal in Berlin jetzt die, also ich bin jetzt erstmal nicht, nicht da. Ich bin jetzt unterwegs die Woche, aber, ähm, bin da, bin im Urlaub. Aber, äh, ja, trotzdem, ähm, ja, könnt ihr dann, ähm, auf alle Fälle darauf hoffen, dass ihr, also ich bin nicht im Urlaub, ich bin, äh, noch weiterhin zu Hause, aber ich, äh, werde dann, ähm, trotzdem let's playen. Also ganz normal, es geht ganz normal weiter. Also, ähm, ich hoffe, natürlich, es kann natürlich sein, dass das Let's Play am Wochenende, dass das komplett alles ausfällt, weil ich weiß noch nicht, ob ich Zeit habe, aber wenn ich Zeit haben sollte, kommt das Let's Play auf alle Fälle am Wochenende oder natürlich nächste Woche Donnerstag kommt das dann auf alle Fälle. Also, wenn ich das dann am Wochenende nicht schaffen sollte mit, äh, Henningsdorf, dann kommt das auf alle Fälle, am Donnerstag wird's nachgereicht und, äh, natürlich, äh, von The Bus wird natürlich auch noch etwas kommen und, äh, wenn, äh, The Bus in Phase 2 ist, der Entwicklung, dann wird auf alle Fälle wieder Videos kommen. Dann, äh, Trams im München, wie ich ja schon gesagt habe, also es kommt auf alle Fälle wieder genug und, äh, ich hoffe, ihr habt Spaß und will, und dass ihr das dann gerne, äh, wenn ihr Lust habt, auf meinem Kanal dann anschaut. Ich würde mich sehr, sehr freuen und, äh, ja, dann erstmal bis dann und dann bleibt gesund alle in Corona-Zeiten und dann, ähm, wünsche ich euch noch einen wunderschönen, was haben wir heute, wunderschönen Dienstag und, äh, wir sehen uns dann auf alle Fälle bei dem, oder hören uns auf alle Fälle wieder beim nächsten Let's Play und, äh, ja, das war's dann eigentlich auch. Vielen Dank fürs Zuschauen und, äh, für das Infovideo und, äh, lasst mir bitte ein Like da, abonniert mich auf meinem Kanal, betätigt unten auch die Glocke, damit ihr immer wisst, was, äh, was ich, ob ich ein neues Video hochlade und, äh, liked natürlich den, ne, also liked entweder gut oder schlecht und natürlich auch, ähm, schreibt in die Kommentare, was ihr natürlich, äh, auf was ihr euch freut, also, ob, oder ob ihr euch, was mich auch interessieren würde, ob ihr euch Trams in München denn am Release-Tag kaufen werdet, weil, ich werde es mir auf alle Fälle holen, aber ich möchte gerne mal wissen, was ihr denn das so sieht, ob das nicht zu teuer ist oder ob das gerechtfertigt ist mit dem Rabatt, also, das, ähm, schreibt es mir mal bitte in die Kommentare, also, das würde mich sehr interessieren. Ihr könnt natürlich auch alles andere in die Kommentare schreiben, also, außer natürlich, ähm, äh, Schimpfwörter oder so oder eben, äh, Beleidigungen, das möchte ich hier nicht auf meinem Kanal, aber ansonsten könnt ihr alles reinschreiben, ob ihr das Video gut fandet oder nicht. Das ist euch überlassen, dann bis dann. Ciao, ciao! Euer Marcel L.P. Ich bin ein, 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 ich Vielen Dank.